Wo sind wir stehen geblieben? Ähm, ich glaub das hier haben wir schon hinter uns. Ich bin offenbar durch mein Safe Game etwas zurückgefallen, aber alles ist in Ordnung. Wir folgen hier diesen, diesen pinken Spuren. Und ich glaube, draußen war nämlich die Kacke am Dampfen. War das hier? N? N, ja, alles gut. Okay. Das hier kann nicht schaden. Haben wir genug Geld? Ist das hier unser Geld? Ne, das ist unser Geld. Ähm, Damage Boost für RPG, Sniper Weifel, warum nicht, ne? Enter, Escape, und das ist voll. Dann gehen wir hier mal raus. So, hier haben wir ein Discount Dollar Bill. Das wollte ich nicht. Okay. 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 Ups! Danke! Nice! Dein Kopf ist ab! Dein Kopf ist ab! Upsi! Ich versteh nicht so ganz, was mit diesen... ... was mit diesen komischen Kristallen los ist, die da so Elektro-Kram... ... schießen. Aber auf jeden Fall tut's weh, wenn man durchläuft. Oh, komm her. So. Warum? Hi. Guten Tag. Und moin. Oh-oh. 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 Danke. Scheiße. Wir könnten ja auch mal Q wechseln und dann ein bisschen rechte Maustasten. Boom. Aber ich glaube, Feuer hilft dem Ding gar nicht so sehr. So, du bekommst auch mal einen ab. Autsch. Danke, Eddie! Den kriegen wir hier mit einigermaßen. Dieses... ... dieses... ... ähm, dieses Geräusch... ... das passiert, wenn ich hier mit der Maus über diese Breiche komme... ... nervt ganz schön. Meine Fresse. du stirbst so nicht laufen ich drück nichts was denn los hier so hier kommen wir noch mehr warum ist die musik böse ach da war noch ein und zack was bist du denn was hatten wir schon meine güte kriegen wir hin ein schuss noch wir machen so okay wir können hier rein was haben wir noch so ein waffen die ist fast leer shotgun ne gefällt mir nicht ok hier blinkt doch irgendwas ein voxofon j das ist auch super wir machen mal ein bisschen mehr schielt danke ok ok we shall not yield to come stocken as tin soldiers but my scout has seen him booker dewitt is coming here to the hall dewitt we called him the white engine of wounded knee for all the grizzly trophies he claimed man such is he might just grant us the peace we seek so jetzt können wir hier hin waren wir hier schon nee das ist neu und das blinkt blinken ist gut pistol habe ich schon oder ich habe eine pistol glaube ich oder habe ich nur die beiden ich habe nur die beiden aber die sind mir auch ganz lieb ich bin zwar oft out of ammo aber dafür hauen die ordentlich rein das hier bekommen wir nicht darauf das heißt wir müssen offenbar entweder vielleicht geht die hier wo ist eigentlich ach nee ellie wie kommt ellie denn hier hat sie auch noch so einen haken nee hat sie nicht ellie kommt der hochgeflogen au so jetzt müssen wir hier irgendwie dann vorbei nehmen das hier noch mit dankeschön hier ist offenbar noch ein gang okay und wir kommen da rüber müssen wir aber offenbar nicht kommen wir da irgendwie hin sieht nicht so aus ist die tür begehbar nein das ist nur eine visionstür wo zur hölle muss ich hin ist hier unten noch was ah hallo okay ein wenig munition für die waffe ein bogen bogen wäre schon ziemlich cool ellie kommst du ellie komm keine angst alles ist gut okay da ist die gute frau ah hier hier jetzt okay du wirst sterben da kommen dann keine wir könnten hier mal ein bisschen unsere krähen losschicken auch tot sieht man die hier eigentlich kaputt offenbar danke ellie oh da lebt noch einer empty sandwich koffee der scheint tot zu sein aber an was starb er war ich das nee oder ach okay hab ich die wahl ich werde ihn ich werde ihn sparen sparen egal ist eh kein übliches deutsch und wir trinken diesen scheiß blitze wir können blitze schießen hervorragend sehr starwarsig aber auch sehr cool sehr gut ja ich habe mir nämlich sagen lassen ähm von jemandem der die vorherigen bioshock teile spielte die er zeitlich offenbar nach diesen gespielen dass diese ganzen kleinen entscheidungen die man trifft durch das spiel hindurch sich auswirken können glaube ich auf das ende irgendwie so und ähm das ist ja schon recht interessant waren wir hier eigentlich schon ich bin mir nicht ganz sicher hier ist es nichts ok 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 lass mal hierhin schauen achso wir sind ja nach wie vor sind wir noch auf diesem schiff von dieser frau wer weiß das schon waren wir jemals wir waren noch gar nicht da ne wir sind hierher gekommen um um strom zu bekommen so weil nämlich das gerät au dieses gerät das uns das uns da hochbringen sollte war nämlich kaputt wir gingen hier rein um um strom zu holen und jetzt kann ich offenbar strom meine hand verschicken was natürlich versenden fair fair was auch immer ähm was praktisch ist weil jeder maschine die nicht funktionieren wird danke woop sag so wo kommen die krähen ach nein ich so ein krähen typ ach herrje ja so das ging schnell wie wo am ich w 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 Und dann findet man Spaß in dem Akt. Schau. Schau, du siehst du wie eine decenten Art. Das gesagt, weniger du kennst, desto besser. Mehr Geld. Hier. Ich mag es. Das ist alles, was ich gerade habe. Nein, keine Ahnung. Und dann sind das vielleicht die Männer von diesem Typen, den wir gerade nicht getötet haben. Das glaube ich vergessen habe, mein alter Homie. So, du stirbst. Du stirbst auch. Danke. Ähm. So. Schön. Ähm. Was ist denn mit dir los? Ach, ich hätte das mit einer Sniperwaffe erledigen sollen. Okay, das wäre wahrscheinlich ein bisschen... ein wenig... sauberer gewesen. Aber ich kann ja die Munition nehmen. Naja, nächstes Mal, wa? Haben wir das Ding schon angesehen? Ja, haben wir. Flump. Okay. Und was macht das? Ach, das ist eine Turret. Die fliegt. Ja, die auch mag. Na, nach was soll's. Wir haben es auf die gute alte Art gemacht. Mit Handarbeit. So, jetzt sind wir gleich zurück. Da, wo wir hinwollten, nehme ich an. Wo wollten wir hin? Ähm. Wohin, zack, dieser Pfeil. Oh. Sicher? In die Richtung? Hm. Nochmal. N. Ich weiß, dass wir hier zu Fuß hinkamen. Naja, machen wir es mal so. Na,alpha. Da. Echne! Zieh doch jetzt! Ähm! Der gehört auch uns. Und wir können den hier! Skyline... Dave... Dave? Sag man ja auch. Er ist unser Freund. Und was geht hier ab? Oh, da ist... Oh, oh. Was ist das denn? Okay, ich versteh nicht so ganz, wie wir hierher kamen oder was wir jetzt machen hier und warum wir nicht da sind, wo wir vorher hinwollten, aber es wird bestimmt alles irgendeinen Grund haben und ich bin selbst schuld, es nicht zu verstehen. Danke dafür. Irgendwer schreit hier noch rum. Wo ist eigentlich Ellie? Ellie? Naja. Wo? Wo ist die? Da? Hier lang? Okay. Ach, wenn ich das mache, ist er weg. Ah, okay. Kann ich ihn wiederholen? Au. Ich hätte schon gerne einen Typen wieder. Das tat auch weh. Meine Güte. Von wo kam ich denn? Ach, hier. So, ich würde ihn schon gerne behalten. Hi. Ich wollte ihn eigentlich rüberstoßen, aber es ging wohl nicht. Was ist mit ihm los? Okay. Danke, Freund. Spooky Freund. Wo sind wir hier? Das nehmen wir dankend. Wir sind auf irgendeiner Starttour. Ach, wir sind jetzt da, wo wir vorher vorstanden, aber warum bleibt mir immer noch unklar. Hier ist was. Also ich muss schon dahin, wo ich herkam. Und offenbar auch wieder hier hoch. Ja. Gut. Kommt der Typ mit? Das wäre cool. Okay. Ach, Ellie hängt hier rum. Ach, wir sind von hier sind wir doch auf die andere Linie gesprungen. Kann das sein? Oder sind wir mit diesem Ding gefahren? Ich glaube, wir sind mit diesem Ding gefahren und sie war sauer auf uns oder so. Mal gucken. Ist ja ein Schalter. Ich drücke einfach drauf. Mal gucken, was passiert. Das wollte ich wirklich nicht. Das geht offenbar nicht. Ja. Ja, tut mir leid. Keine Ahnung. Da ist nur ein Klappstuhl. Und da... Ellie, du kannst da auch gern wieder runterkommen. Ne? Ist schon okay. Kommen wir denn hier? Ne, das ist auch voll. Das hier geht nur dahin, wo ich gerade herkam. Aber vielleicht können wir hier wieder wechseln. Okay. Ja, mal gucken. Ich glaube, wir sind richtig. Und da hinten, dann da so hin. Das klingt gut. Kommt Ellie nach? Nö. Die hat wohl genug. Ja, wir sind vollkommen richtig. Alles bestens. Kurz ein wenig durcheinander gewesen. Oh, ist das ein böser Wicht? Ohne Kopf. Ohnein, so einer. Au. Stirb. Danke. Wo ist eigentlich... Kommt Ellie nicht mehr mit? Naja. Ähm. Du hast es nicht leicht. Und du bist einfach umgefallen. Und du kannst auch nicht aufstehen. Und das war's. Tja. Ellie, können wir knicken. Vielleicht kommt sie ja irgendwann nach. Hat nichts bei sich. Hat ein bisschen was bei sich. Äh. Orange. Nehmen wir auch. Macht mir ein bisschen Sorgen, dass Ellie da oben noch irgendwo rumhängt. Aber die wird schon wissen, was die tut. Sind wir hier richtig? Sind wir. Okay. Hier durch. Ah, Ellie. Hi. Wow. Danke. Ist hier jetzt schon wieder? Ach nee, da ist sie ja. Endlich ist sie zurück. Schön, dich zu sehen. Müssen wir... Das wollte ich nicht. Das möchte ich. Okay. Und mit dieser Aufzugfahrt... Ähm... Und mit dieser Aufzugfahrt... Und mit dieser Aufzugfahrt... Okay. Und mit diesen tiefgründigen Worten... Verabschiedige... 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 Kann man das sagen? Ich verabschiedige mich von euch. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und danke fürs Einschalten. Bis nächstes Mal. Tschüssi. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020